Servus zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn und wir schauen uns heute in der BAM Challenge Teil 4, die kompositorische Linienführung an. Die Fotografen haben nach meiner Ansage, also nach der Siegerehrung in dem letzten Video, dieses Thema mitbekommen, die kompositorische Linienführung und hatten zwei Wochen Zeit, diese Bilder zu machen. Und diese Bilder wurden dann per E-Mail an mich geschickt mit einem kleinen Text, wo sie entstanden worden sind, was für Exif-Daten dabei sind und manche haben auch eine kleine Geschichte dazu geschrieben. Genug gelabert, jetzt schauen wir uns die ganzen Bilder mal an, der Reihe nach durch. Ich muss auch durchrutschen halt, wir haben circa eine Stunde, eineinhalb Stunden Zeit, um alles mal anzugucken und am Ende wählen wir, beziehungsweise wähle ich erstmal die besten neun heraus und dann dürft ihr abstimmen. Und bis zum nächsten Video steht dann der Sieger fest. Okay, Freunde, es geht los, ich freue mich mega auf die folgenden Bilder. Wir fangen an mit Bild Nummer 1, ich habe die auch durchnummeriert mit dem Matthias. Sieht eigentlich ganz geil aus, du siehst halt den Weg, der die Führungslinien Richtung Sonne mir zeigt. Gut umgesetzt, Thema getroffen, würde ich sagen. Okay. Und wichtig ist auch noch, wir schauen uns die Bilder an. Ich versuche auch Verbesserungsvorschläge zu bringen, aber die BAM Challenge geht ja eigentlich darum, das beste BAM-Foto hier zu ermitteln von diesen 120 Einsendungen. Also mit BAM-Foto meine ich, das ist ein Bild, was man sich wirklich gerne in die Wand hängen kann, was krass ausschaut, wo man drauf stiert und sich denkt, wow. Und alle anderen, die mitgemacht haben, die jetzt nicht das BAM-Foto hier kriegen, die haben hoffentlich dazugelernt, dass sie einfach mit anderen fotografischen Augen nach dieser Challenge durch die Welt gehen und wenn sie das Motiv sehen, eine Linienführung, dass man die auch mitnimmt und die in seine Fotoarbeit so mit einbindet. So, Bild Nummer 2 vom Arthur, schaut euch das mal an, eine coole Straße, kontrastreich, im Schwarzwald, führt irgendwo hin, ich kann jetzt aber nicht sagen, wohin die führt. Wir haben zwar eine Linienführung, aber mit kompositorischer Linienführung meine ich, dass die halt zu einem Motiv hinführt. Hier, Bild Nummer 3, Timo Loves hat es super gemacht, finde ich. Du siehst hier dieses Geländer, wie es sich entlangschlängelt zu diesem Leuchtturm, was es ist, also ich gucke genau dahin, dann habe ich die Linienführung hin zur Frau, die auch kontrastreich in gelb am Rand steht. Ein super gutes Bild, Bild Nummer 3, top. Schondorf vom Ritschi, gutes Bild von Schondorf zum Sonnenaufgang. Also kann man auch wenig verbessern, man kann einfach nur, was Linienführung angeht, ja vielleicht noch mit den Ecken mehr arbeiten, wenn man das möchte. Ja und wenn jetzt der Himmel noch geiler wäre, wäre es auf jeden Fall auch ein top, top, top Bild. Aber technisch gut gemacht, ja und ich sehe auch die Hütte, hat ein bisschen aufgehellt im Nachhinein oder beide Hütten, weil das Licht ja von hinten kommt. Weiter geht's, Bild 5 von Björn. Hier hast du die Linienführung hin, ah klar, ja zum Dortmunder Hafenamt, macht Sinn, macht Sinn, sieht gut aus. Du hast hier die Spiegelung im Wasser, das ist auch klar, die Spiegelung kriegst du halt auch nur mit einer Langzeitbelichtung hin. Er schreibt da auch, das musst du auch machen, 30 Sekunden Belichtung, weil einfach zu viel los war im Wasser und das ist halt auch schade, und dann lenkt das viel vom Bild ab. So, aber so hat er es gut gemacht, der Björn. Okay, wo sind wir hier? Berlin, Dom, Linienführung, ja. In gewisser Weise schon, du hast hier die Hausmauer, die führt dich hin zum Dom. Geil ist es, er hat mit Blendensternen hier in der Nacht gearbeitet. Allein schaut mal her, hat man in der F8, also wenn das stimmt, wow, 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 lag ich kein Objektiv, nicht schlecht, wahnsinns Blendensterne auf einer F8 hingezaubert. Ich habe echt so das Gefühl, umso heller die Lichtquellen ist, also in der Dunkelheit, umso leichter kann man diese Blendensterne auch generieren, aber anscheinend performt das Leica-Objektiv ziemlich gut. Bild Nummer 7 von Kurt. Ja, du siehst auch eine gewisse Führung vom Bild, hoch zu den Bäumen, zu der Baumgruppe. Er hat es in Schwarz-Weiß dargestellt, hier in Bonn. Ja, wahrscheinlich hat es an dem Tag vom Himmel her auch nicht viel mehr hergegeben. Du hast eh keine Farbe in den Bäumen, deswegen finde ich es ganz cool, dass er es Schwarz-Weiß gemacht hat. Okay, was habe ich hier? Der Wolfgang, Bild Nummer 8. Ja gut, ich sehe hier viele Linien, aber die führen meiner Meinung nach auch ins Nirgendwo. Der kleinste Bahnhof Deutschlands. Okay, also kannst du machen, du hast es erkannt, das Thema mit Linien, aber kompositorische Linienführung, meine ich halt, dass das irgendwo hinführt, zum Motiv hin und das Thema haben wir noch öfter. Ja, von Benjamin, Bild Nummer 9, sind wir am Ammersee, ein wunderschönes Langzeitbild. Schienen haben wir hier, Linienführung, gut eingerahmt. Ja, und wenn du so willst, hast du tatsächlich hier eine Linienführung hin zum Motiv, wenn man jetzt die untergehende Sonne als Motiv nimmt oder diesen schönen Kreiszaun. Das ist auch ganz gut. Die Äste haben mich etwas gestört. Diese könnte ich nicht herauspinseln, aber es gibt eine Assschere, Alter. Darfst du keinem erzählen. Aber geiler Himmel, gut aufgenommen. Wirklich schön, gefällt mir. Okay, der Masi, Bies, der Fell, was hat er denn da? Die Linienführung von diesem schönen Halm in Sonnenlicht. Oder ist die Sonne, was, was, Spot, Waldlichtung. Ja, ich gehe davon aus, dass das die Sonne ist, die von hinten schön den Halm da anleuchtet. Also ein tolles Bild. Ja, es ist Linienführung. Er hat auf jeden Fall mit der Ecke gearbeitet. Superschönes Bouquet. Was für eine Pentacon 50er. Kenn ich gar nicht. Vintage-Objektiv. Okay, schau. Gut gemacht, Masi. Gefällt mir. Der Brombachsee. Oh Mann, der Benjamin. Hast du hier eine Linienführung? Ja, du hast irgendwo eine. Weißt du, was mir hier bei dem Bild ein bisschen fehlt? So die Größe, also das Größenverhältnis. Wenn jetzt irgendwo eine Person stehen würde, obendrauf oder sonst wo. Na gut. Wäre sie rechts, wäre es keine gescheite Linienführung hin zum Motiv. Führt ihr eher einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Man erkennt nicht, ob das Ding groß oder klein ist. Aber ja, Thema gut getroffen. Also es ist auf jeden Fall ein Hingucker und ein unaufgeregtes Bild. Was ist das? Eine Gabel oder was? Einfach nur der Bogen. Das ist eigentlich schon schön. Ich hätte gedacht, dass dieser Bogen gar nicht im Wasser liegt. Wahrscheinlich wäre es da auch Hochwasser gewesen. Ja, Anfang Februar. Krass. Weiter geht's. Da war ich im Medienhafen Düsseldorf. Wir haben es hier mit dem Dennis zu tun. Auf dem Bild siehst du meinen Kumpel. Also ihr seht, die Bilder habe ich reingehauen und schaue sie mir jetzt in Ruhe tatsächlich mal an. Ein paar Sekunden lang. Er wusste zum Zeitpunkt nichts davon. Na gut. Jetzt kommst du groß raus. Einmal ein Model hier in der BAM Challenge und boom. Dann ist er durchgebucht. Na Quatsch beiseite. Er steht genau mittig. Aber da wirklich. Ja klar. Er wollte wahrscheinlich auch ein absolut symmetrisches Bild machen. Und steht deswegen auch genau mittig. Das ist das Logo. Cool umgesetzt. Schade, dass der Himmel nichts kann. Das ist komplett alles überbelichtet. Aber die erste Hälfte vom Bild ist echt absolut symmetrisch. Das hat mit Linienführung auch zu tun. Okay. Der Ulrich hat hier eine Burg fotografiert. Sehr verzerrtes Bild. Stadt Bielefeld, Sparrenburg. Ja. Ich sehe hier keine Linienführung tatsächlich. Man könnte sich das so vorstellen. Dieses Zickzack. Sehe ich nicht. Der Markus. Markus war bei mir mal im Workshop. Und hat hier in Schwerte die Panik-Kauken-Frau. Keine Ahnung, was die da macht. Aber ja. Du hast hier eine Linienführung. Ich sehe auch, du konntest hier nicht irgendwie mittiger das Ganze machen, weil der Baustellenzaun kam. Seine verziehen. Und die Kamera ist sehr, sehr niedrig. Dadurch wirkt die Frau auch anständig groß. Die ist wahrscheinlich nur so hoch am Ende. Also Markus, vielleicht sehen wir uns mal wieder in einem Workshop am Ammersee, Indiana. Gute Idee. So, Bild 15. Alter, was geht da ab? Was ist das? Top-down, upside-down, okay. Ein Baumpilz fotografiert. Da braucht es eigentlich keine Linienführung eigentlich, ne? Weil, ja, Andreas Halter. Ja, kann man machen. Aber haut mich jetzt nicht so um dieses Landschaftsbild. Ist mir zu nah einfach am Motiv dran. Bild 16. Silvana. Ja, schön. Da hat sie auch mit der Ecke gearbeitet und diesen Weg hoch zu einer Baumgruppe gefunden. Ich finde den Himmel hier bei dem Bild irgendwie relativ schön. Da ist echt Struktur drin. Das ist die Abstufung, den siehst du da drin. Irgendwo im Erzgebirge aufgenommen. Ja, es ist schön. Warte, ich mache mir das Mikrofon ein bisschen näher hier. Am Mund dran, dass ihr mich besser versteht. Cooles Bild. Kein Hammerbäm. Aber er hat was mit Linienführung am Hut. Und, ja, finde ich ganz gut. Der Michael Baumann. Was ist denn das hier? Ein Brückenkopf oder was? Ja, Brückenkopf. In Winterthur. Ja klar, also hier ist sehr zentriert das Ganze, symmetrisch. Hier brauchst du eigentlich auch keine Linienführung, die dich zum Motiv hinführt, weil das sticht einem jetzt sofort ins Auge. Aber das ist gut gemacht. Also du hast sauber gearbeitet. Die Frage wäre halt auch gewesen, ob du noch einen Meter weiter rechts hättest stehen können. Da wäre es noch sauberer. Aber so ist es auch ganz gut. Ganz cool. Bild Nummer 18. Wow, der Nebel. Windpark Tiefenbach in Soxen. Bei Wind, Regen und etwas Hochnebel. Coole Sache. Ein Furchtzigstel. Der ist noch scharfer, aber ein Furchtzigstel, der Typ. Nicht schlecht. Also hier frage ich mich auch, warum 1 zu 1 Format? Warum sind jetzt diese Streifen von der Straße im rechten Bildbereich? Auf der rechten Seite, im rechten Drittel und nicht genau mittig? Weiß ich nicht. Interessant, aber auch cool. Diese rote Kapuze sticht echt raus und durch diese Straßen oder diese Plattenwege führt einen hin zum Motiv. Sowieso. Das kommt total oft noch vor, dass Personen fotografiert worden sind und die Linien führen auf die Person zu. Also sehen wir noch öfters. Ganz gute Idee. Linienführung, Blendensterne, leichte zumindest siehst du auch. Dankeschön, Doris, für das Bild. Das Motiv ist auf jeden Fall schnell erfassbar durch diese Linienführung. Das ist ganz gut. Okay, der Eric Sun. Auch eine gewisse Linienführung hin zu diesem Turm da in der Innenstadt. Ja, ich frage mich auch, wenn du weiter rechts stehen würdest, hätte es einen Mehrwert? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist ein schwieriges Motiv, weil mir ist jetzt hier zum Beispiel viel zu viel los. Ich gucke als allererstes auf das erste Fahrrad, hier vorne rechts und dann gucke ich auf die Person links und dann erst auf das Motiv da hinten. Also ich muss mir das Motiv jetzt wirklich zusammensuchen. Genau, deswegen finde ich das wiederum ein schwieriges Bild. Die Karin, die Karin, die bastelt gerne zu Hause rum und ist immer kreativ. Jetzt gebt euch das mal, wer hat es denn das gemacht mit Streichhölz? Achso, Streichhölzer nach Wahl. Der eine fotografiert den anderen mit einer Motorsäge oder was? Und BAM! Motorsäge zersägt den grünen Buntstift. Also von den Farben her, von den Kontrasten her und Komplementärfarben und so, das ist eigentlich schon schön. Dieses Grün-Rot-Gelbe ergänzt sich halt schon, schon cool. Also gut gemacht. Wie hast du denn den Hintergrund so schön hingekriegt, so unaufgeregt? Achso, steht ja auch da. Man muss es halt lesen. Tonpapierkarton. Du siehst, ich habe immer wieder Fragezeichen im Gesicht bei deinen Bildern. Machen aber Spaß anzuschauen. Coole Idee. Bild 22, der Hannes, der war auch mal bei mir im Coaching oder Workshop, Coaching, ja. Was hat dann die alte Säge bei uns im Dorf? Wow. Wow. Ja gut, die Säge, geil aufgenommen, aber hier sehe ich eigentlich keine Linienführung. Ich sehe die Linie, ja, von rechts unten, die es da hinführt, aber keine wirkliche Linienführung in dem Bild. Da bist du einfach zu nah dran an dem Motiv. Alter, was ist das denn? Ein Leuchtturm im Erdinger Stadtpark, nach oben fotografiert. Christian, krasses Bild. Ich finde jetzt auch nichts, dass das kompositorische Linienführung ist der Himmel jetzt mein Motiv. Soll es sein, aber er ist einfach zu klein für mein Hauptmotiv irgendwie. Ich finde es dennoch ein ganz schön krasses Bild, ganz, ganz gut gemacht. Also von den Farben auch her, wie das knallt. Superschönes Bild. Ich sehe die Linienführung und also die kompositorische Linienführung noch nicht in dem Bild. Da muss ich mich vielleicht reindenken. Ich verstehe es nicht. Aber Respekt, Respekt, das zu sehen, super. Das gefällt mir schon mal gut. Okay, dann haben wir Bild 24. Oh, das ist natürlich ein guter Moment, Horst. Horst Neumann. Bild ist unscharf. Typisch Street Photography, aber geil aufgenommen. Ich finde es cool. Ich denke mal, du hast es sehr, sehr spontan gemacht. Aus der Hand, boom, reingeschossen. Ja, es gibt natürlich Dinge, die man verbessern kann. Das ist überbelichtet da links neben dem Mann oder neben der Frau. Aber der Moment ist so geil festgehalten, wie, ich glaube, es ist eine Frau, wie sie da um die Ecke kommt mit diesen Ohrpuscheln, zwei fette Taschen um, im Schritt fotografiert. Meidi hätte auch von der anderen Seite kommen können. Da wäre es ja noch cooler. Aber so, ich finde es ein Top-Bild. Ich sage es dir ganz ehrlich, Bild 24 kommt in die Auswahl. In die Auswahl der besten neun Bilder, weil es vom Timing, bam, einfach gut hingehauen hat. Und da bin ich jetzt nicht so picky von Belichtungszeit. Konntest du auch nicht wissen, dass da jemand um die Ecke kommt direkt. Geil, geil, Horst. Das nehme ich mit. Manfred, was haben wir hier, Nachtfotografie. Da fliegt ein Flugzeug durch. Unten fährt ein Zug durch. Wurde von hinten fotografiert, wegen den roten Lichtern, klar. Links auf der Straße fährt auch ein Auto durch. Das sind bestimmt mehrere Sekunden. 15 oder 30 Sekunden sind es bestimmt. Ja, also in dem Bild ist Linienführung zu erkennen, auf jeden Fall. Aber halt auch hier schwierig. Was für ein Motiv hat man dann am Ende? Okay, ich gehe weiter. Bild Nummer 26, Rangierbahnhof vom Alexander Landscape. Also Linienführung passt auf jeden Fall. Aber auch hier, mir ist für ein BAM-Foto einfach zu viel irgendwie los. Und ich gucke tatsächlich eher so links auf die, auf das abgestellte Stück Bahn. Keine Ahnung, was da steht. Aber mir ist da zu viel los auf dem Bild. Aber Linienführung hast du hier satt. Silvia und Friedrich. Frau Knips. Okay. Also der Glockenturm oder die Linie führt hoch zum Kreuz zur Uhr. Ist aber ein schwieriger Standort für eine Kamera, glaube ich. Wenn du halt echt davor stehst und gehst senkrecht nach oben. Und der Bildzuschnitt ist auch ein ganz, ganz, ganz komischer. Ich check das Bild nicht. Was ist denn das für ein Bild? Das ist einfach so schwierig. Also ich schätze mal, du hast das so arg beschnitten. Weil links und rechts alles voller Gebäude steht. Aber mir wird so das Hauptmotiv nicht 100 pro klar bei dem Bild. Also vor allem aus der Perspektive. Okay, die Sonja. Ah, hier hast du natürlich. Hier ist das Hauptmotiv gut erkennbar. Die Dame hier mit dem roten Regenschirm. Du hast die Linienführung, die gekrümmte vom Haus und auch vom Boden. Alles führt da hin. Ist für mich ein ziemlich geiles Bild in Nürnberg am Neuen Museum. Ich finde es gut, Sonja. Ich finde es gut und ich nehme dich mit in meine Best-of-Auswahl, worüber wir Zuschauer oder ihr Zuschauer dann noch entscheiden dürft. Ich finde es cool gemacht. Cool gesehen. So, dann haben wir jetzt neben der Sonja den Jochen Bayer. Ich schätze mal. Wir haben hier ein Fotografenpärchen. Okay, da musst du jetzt erstmal hingucken, wenn du diese Art von Foto nicht kennst. Mir ist dieses Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Zitrone war oder irgendeine andere Frucht, schon mal irgendwo in Instagram in so einem Reel oder so untergekommen. Also die Idee, die ist nicht neu. Dennoch ist es sehr, sehr gut umgesetzt. Also du hast dir ein Hauptmotiv. Die Zitrone spiegelt sich wunderbar in einem Glas. Er hat es noch irgendwie mit extra LED-Licht bearbeitet oder da von unten hinzugefügt. Wenn ich es nicht gekannt hätte, würde ich sagen, Alter, was geht denn ab? Jochen. Aber technisch gut umgesetzt. Ja, echt gut. Gefällt mir. Die Zitrone in der Reibe. Zack. Was haben wir da noch? Vom Carsten. Okay. Phönixsee. Ah, dieser berühmt-berüchtigte See, der sich alles so schön spiegelt. Ja, auch ein Treppenaufgang. Also Linienführung hin zum Motiv. Thema getroffen, aber kein Bambild. Auch hier schönes Gelb am Treppengeländer von Peter Plätz. Unter der Autobahn, Ufer, Salzach. Ich kann mich daran erinnern. Ich glaube, Peter, du hast geschrieben, es ist auch nicht so easy gewesen, hier eine Langzeitbelichtung durchzuführen, weil die Brücke gewackelt hat. Autobahnbrücke halt. Ich schätze mal, du hast eine Langzeitbelichtung gemacht, weil du die Blende ein bisschen zugeschraubt hast, weil du einen Blendenstern haben wolltest. Und die so nicht ins Unermessliche hochjucken wolltest. Deswegen hast du eine Langzeitbelichtung gemacht, denke ich mal. Okay. Bild 32. Ja, why not? Was ist das, eine Birke oder was? Ja, Birke am Weg. Ist halt echt schön verrotztes Wetter. Mario, der Himmel gefällt mir. Mir gefällt es, dass du bei diesem Wetter rausgegangen bist zum Fotografieren. Mit Matschfüßen, Matschu nach Haus gekommen, doch ein gutes Bild hingekriegt. Es gefällt mir auch, wenn, wisst ihr, wenn jetzt die Birke nicht am Ende von dieser Linie irgendwo steht, ich gucke da direkt hin. Der Weg weist mir, den Weg hin zum Motiv. Ganz gut. Gefällt mir. Gefällt mir, wie er es gemacht hat. Ich liebe ja solches Wetter. Das ist ja genau so mein Wetter, wo ich immer rausgehe. Echt, wenn es dreckig ist, bin ich am Start. Boom. Michael Fischer. Blick auf die EZB. Boah. Die ist aber auch echt dunkel. Die sieht wie reingeklonte aus. Ja, die Linienführung. Ey, hier passiert ja sauviel in dem Bild. Oben auf der Brücke schießt was durch. Die Autos fahren an dir vorbei. Wow. Da ist was los. Also ich gucke direkt auf die EZB. Das hast du erreicht mit dieser Linienführung. Obwohl hier viel, viel passiert in dem Bild. Und es ist wahrscheinlich gar nicht so easy gewesen, das so auch umzusetzen. Warum F22? Das checke ich jetzt auch nicht, weil die Blendensterne kommen eh nicht so höllgeil. Hätte es vielleicht gar nicht gebraucht. Aber wahrscheinlich wolltest du die 30 Sekunden belichten. Dann erklärt sich es wieder. Dass du die Lichtspuren hast. Okay, gecheckt. Okay. René, Bild 34. Was haben wir denn da? Das ist wo am Ammersee? Ein Baumstamm am Ammersee. Den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Mittlerweile wurden alle Äste wieder reingeholt, mitgenommen, verschürt. Schau mal hier, René. Was mir auffällt, du hast hier mit der Maske gearbeitet, um diesen Baumstamm aufzuhellen. Du hast wahrscheinlich gegen das Licht fotografiert. Und da hat die Maske vergessen, in ein paar Bereiche auszumaskieren. Oder beziehungsweise in ein paar Bereiche hast du mit aufgehellt. Das ist kein See, sondern so ein weißer Fleck. Da musst du mal drauf achten in Zukunft, wenn du mit Masken arbeitest. Was ist das? Rainer. Stromleitung. Finde ich schwierig zu begreifen, das Bild, was das jetzt mit Linienführung zu tun hat. Ich sehe zwar hier Linien, aber ich check's nicht. Fehlt mir so der Sinn, check ich nicht. Ich gehe mal weiter. 36. Okay, so eine schöne Gasse, Fachwerkhäuser. Gasse in Goslar von Patrick. Ja, du hast auch die Linienführung hin zum, weiß nicht, die Gasse einfach hoch. Aber auch exakt gearbeitet mit den Ecken, Kanten. Nichts fällt zusammen, du hast hier keine stürzenden Linien. Gut Mühe gegeben bei dem Bild. Beziehungsweise in der Nachbearbeitung. Bestimmt auch einiges verbessert, weil du hast hier auf 25 mm fotografiert. Und da weiß ich, dass gerade am Rand die Hauskanten zusammenfallen. Gut nachbearbeitet, Patrick. Sandra in München, ja, kenne ich doch. Hier schön, das Mai-West-Kunstwerk. Da kann man echt ganz gut oben auf der Brücke stehen und das machen. Und hier auch ganz klassisch, du hast die Linienführung, also in dem Fall hier die Lichtspuren, die alle hin zu diesem Kunstwerk führen. Das ist ja echt riesig, wenn man da dasteht. Da kann man auch coole Fotos machen, wenn du dich genau in die Mitte von diesem Kunstwerk auf die Wiese legst und fotografierst senkrecht nach oben. Dann baust du dann oben, wenn du bei Tag das Bild machst, noch das Photoshop-Flugzeug oben genau in die Mitte. Dann hast du ein Bild, was alle machen in München. Naja, aber auch gut gesehen, gut gemacht. Und die Häuser sind vor allem gerade, da fällt nichts um. F22, keine Ahnung mit welchem Objektiv, aber wahrscheinlich eine längere Brennweite bestimmt, 70 Millimeter oder mehr. Könnte ich mir vorstellen. Cool gemacht. Okay, der Albrecht hat hier ein Bergfoto, die einsame Piste. Hart, hart hier eine Linienführung zu erkennen. Ich sehe halt einfach eine Piste, so wie eine Straße, die sich hier gut abhebt von dem Rest. Der Himmel ist gut rausgearbeitet. Also von der Bearbeitung her passt das, aber ich sehe keine Linienführung in dem Bild. 39. Okay. Da steht eine Frau auf den Gleisen oder ein Mann. Nee, Frau auf Schienen. Guck, ganz schön akro. Der Gange oder der Stand ist ganz schön tough, hart. So was ist überhaupt? Fotografierst du mich gerade oder was? Ja, aber Thema ist getroffen. Geiler wäre es eigentlich, wenn sie auf dem grauen Streifen stehen würde. Dann hättest du wirklich die Linienführung genau dann dahin. Ja, kann man machen. Uh, Christian Kussberger war auch mal bei mir im Workshop, glaube ich. Der Name sagt mir was. Milchstraße am Brombachsee. Okay, schaut her. Hier bei Nürnberg kannst du auch Milchstraße fotografieren. Aber hast du, ich wollte fragen, hast du das Bild bearbeitet? Ja, wahrscheinlich hast du es bearbeitet. Kommt bestimmt noch besser raus, wenn man sich noch ein bisschen mehr reinfuchst in die Bildbearbeitung. Ja gut, du hast halt auch hier, also was es nicht braucht, ist die Bank hier auf dem Bild. Weil ich habe zuerst auf die Bank geguckt und dann auf die Milchstraße. Man könnte vielleicht anders noch mit den, also weiter nach vorne gehen, als die Bank nicht mit drauf ist und den Winkel noch ein bisschen im Hochformat ändern, dass du einfach weniger von der Straße siehst, dass du nur den Pfeil Richtung Milchstraße hast. So hätte ich es gemacht. Weil die Straße an sich ist nicht so hübsch. Die Milchstraße ist cool. Bild 41. Victor Wurt. Irgendwo in Frankreich auf dem Feldweg. Geil, oder? Zuschauer aus Frankreich habe ich. Schön. Danke, Victor, für das Bild. Linienführung, ja, führt aber halt wohin? Wohin? Wo ist kein Motiv? Aber Linienführung gut aufgenommen, gut gesehen. Auch hier wieder diese geschlängelte, oh, schön, 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 am Hemmelsdorfer See. Mit dem Weißabgleich bist du aber nicht ganz klar gekommen. Das könnte man noch ein bisschen besser hinkriegen, weil das, Horst, das ist mir zu hart, zu blau. Ich habe ja nichts gegen Blau sein, aber hier bei dem Bild ist es ein bisschen too much, auch wenn es blaue Stunde ist bei Sonnenaufgang. Cooles Motiv, gut gesehen. Und weißt du, was mir gefällt? Dass du nicht zu tief mit der Kamera stehst, sondern eher höher bist bei dieser Langzeitbelichtung. Also das bestimmt die ganze Höhe vom Stativ ausgenutzt und es ist genau richtig hier auch so aufgenommen. Also einziger Kritikpunkt, aber der ist hart, ist der Weißabgleich. Der passt hier gar nicht, finde ich. Sonst eine Bildkomposition finde ich ziemlich gut. Okay, wir haben ja auch wieder Gleise. Rangierbahnhof in München mit Richtung München. Okay, von da aus. Der Robert, der hat das BMW-Bild in der letzten Challenge in Zoom-In und Out-Mail zugeschickt. Eins meiner Favoriten war das. Okay, jetzt hast du den Rangierbahnhof. Kickt mich nicht so wie das BMW-Tower-Foto oder BMW-Vierzylinder-Foto von dir. Aber ja, Thema ist auch ganz gut. Gut getroffen mit Linienführung. Hier passiert wenigstens was. Zack. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Von Benjamin. Was haben wir denn da? Da fährt irgendwas durch. Zack, Straßenbahn. Person mit rotem Schirm. Oben hast du die Linienführung hin zum Motiv. Finde ich eigentlich mal auch ganz geil. Also Benjamin, deine Art zu fotografieren gefällt mir. Muss ich sagen. Die zwei Bilder, die ich jetzt gesehen habe, finde ich schon mal ganz gut. Okay, weiter. Auch was Geschwungenes zum Sonnenaufgang. Der Mondsee. Gut gemacht, Armin. Gut gesehen. Der Schotterweg ist nicht so hübsch links, aber Sonne spiegelt sich im Wasser. Gut gesehen. Toll. Toll. Also Thema echt gut getroffen. Gefällt mir. Alter, was ist denn? Achim Blechgerzelle. Auch ein ganz treuer YouTube-Fan ist der Achim. und glaube Instagram auch. Der taucht immer wieder auf in den Kommentaren. Vielen Dank übrigens auch dir, Achim, für das Bild. Ja, also du hast hier eine Linienführung, aber die führt halt auch nirgendwo hin. Die führt mich nirgendwo hin. Aber es ist ein gutes Nachtbild auf jeden Fall. Gehen wir mal weiter. 47, okay, Linienführung hin zu dem Molenfeuer in Bremen. Ganz schön hell da, also. Da ist echt Licht am Start. Wahnsinn. Gut aufgenommen. Keine Strichspuren. Wie viele Sekunden? 13 Sekunden. Technisch gut gemacht. Nichts überbelichtet. Finde ich gut. Sven, gut gemacht. Gutes Bild. Top. Oh, der alte Elbtunnel in Hamburg. Sehr gut. Die erste Linienführung. Auch genau gearbeitet. Schaut euch mal die Kanten an, wie cool das alles gemacht ist. Also unten, ne? Zack, mittig gestanden. Schnelle Aufnahme. Zwar jetzt kein Hauptmotiv in dem Bild, aber dennoch schöne Linienführung vom Holger. Gut gemacht. Alter, was ist da los? Bild 49, Wolfsburg. Zeigt das Phäno. Okay. Ich check's nicht, was das für ein Gebäude ist. Julian. Die Linienführung führt hin zum Gebäude, hier ins gelbe Licht rein. Passt? Ja. Das kickt mich aber noch nicht. Bild 50. Alter, was ist dessen? In Freiburg. Da haben sie doch früher reingeschifft. Kann das sein? Okay, also es führt schon Richtung Münster, die ganze Nummer hier, aber das Münster ist halt abgeschnitten. Und ja, Harald, schwieriges Foto für mich zumindest. Geh auch mal weiter. Was haben wir hier? Oh, was ist denn da los? Maria, was ist das? Bahnhof, Bahnsteig. Also der Fokus, der sitzt halt jetzt hier so 30 Zentimeter vor meiner Nase. Ich erkenne hier kein Motiv. Das ist echt schade. Ja, sonst, weißt du, wenn du den Fokus nach hinten gesetzt hättest und da wäre halt irgendwas gewesen, was kontrastreich ist, dann hättest du hier eine schöne Linienführung. Aber hier fokussierst du einfach nach vorne, also kurz vor die Kamera, da ist nichts. Also ich husch mal weiter. Das, meine lieben Freunde, von Michael Jocht, Bild 52, hat was mit Linienführung zu tun und mit Street Photography und mit Style. Mit Style und mit dem fotografischen Auge. Alter, wie krass ist das denn? Also perfekt symmetrisch ausgerichtet. Die Treppe ist gerade im Bild. Der Typ, der Mannseher, der sich da ausruht, ja, vielleicht ist es ein Obdachloser, vielleicht macht er auch nur eine Pause. Ich weiß nicht, er passt da echt schon rein ins Bild. Du guckst rechts auf ihn und alles führt dich dann hoch zur Siegessäule. Also es sieht echt gut aus. Also fotografisch super umgesetzt, schwarz-weiß, passt perfekt. Ich finde es mega geil, Michael. Guten Moment gehabt, guten Moment gesehen. Alle Achtung, Boom ist bei mir in der Liste als eins der Best-of-Bilder dieser Challenge. Nastasia, was ist da los? Beim Wäsche aufhängen, mal fotografiert. Lebenslinien. Zweier Wäscheklammern. Alter, Scheiße. Ich check's nicht. Linienführung? Ne, also kreativ, aber das hieß, ich habe Fragezeichen im Gesicht und ich verstehe halt das Bild nicht, was er aussagen soll. Sorry. Dann gehe ich mal weiter. Und wirklich, Leute, kommentiert gerne. Ihr seid dazu angehalten, zu kommentieren. Ich kann ja auch nicht bei jedem Bild Juhu schreien oder zu jedem Bild irgendwas sagen oder wissen. Das ist auch verständlich. Das ist hier eine Marathon-Aufgabe, aber ich ziehe durch. Lucian, der hat schon mal ein cooles Bild in der Herbst-Challenge reingeschickt. Auch hier hast du den geschlänkelten Weg, eine Linienführung. Das muss nicht immer gerade sein, hin zum coolen Motiv. Hier bringt mir aber der ganze Vordergrund nichts. Also wenn man da weiter nach vorne gegangen wäre, wäre es eine andere Nummer. Der Vordergrund, der bringt mir hier gar nichts eigentlich gerade. Aber geile Stimmung in dem Bild. Boom. Jonathan in einem Tunnel irgendwo. Wo bist du? Ostbahnhof, München. Ja, du hast eine Linienführung geführt, aber auch ein schwarzes Loch. Die Kamera ist sehr bodennah. Ich stelle vor, da hat jemand mit einer gelben Jacke, blaue Jacke, rote Jacke oder ein Fahrradfahrer oder irgendwas, was da passiert. Man guckt sonst in ein schwarzes Loch und das will ich nicht. Dieter, Bild 56, Domspuren. Ja, also hier auch, du hast Linien, die hinführen. Hätte ich es gemacht, hätte ich versucht zumindest, auch wie du, die Straßenlaternen mitzunehmen, aber mittiger zu stehen. Das ist ja asymmetrisch hier für mich, in meinen Augen. Hier hast du natürlich beim Rainer volles Programm. Mit Symmetrie zu tun. Rainer, grüß dich. Du warst bei mir im Workshop. Servus. Servus. Warum hast du aber hier bei den Bildern jetzt mit Filtern gearbeitet? Das check ich nicht. Vier Sekunden lang will ich, wieso? 11,8. Dein Workshop war im Januar großartig. Dankeschön des Lobes. Danke, danke. Aber schreib es mal bitte in die Kommentare. Warum hier eine Langzeitbelichtung? Ich raff es nicht. Da ist doch, man muss doch hier nicht lang belichten. Dafür hat der Kollege hier aber sehr schön ruhig gehalten. Und hier hast du halt wirklich, also das Thema ist super erfasst, Linienführung hin zum Motiv. Kompositorische Linienführung. Gut umgesetzt. Ich verstehe es nur nicht, warum mit Filter. Geht aber auch ohne. Aber ich bin mir sicher, du hast hier mit dem Stativ gearbeitet, weil sonst wäre es niemals so genau geworden. Außerdem hast du vier Sekunden belichtet, also brauchst Stativ. Jetzt habe ich einen Hänger. Ein Sendemast fotografiert von Peter. Okay. Also hier bin ich auch auf der Suche einfach nach dem Motiv. Ist es der Sendemast oder ist es hier die Weingärten oder ist es hinten der Berg? Schwierig für mich zu erfassen. Bild 59. Was haben wir hier? Fotografiert seit einem knappen Jahr. Ja, du hast Linienführung. Ja, führt aber auch ins Nichts. Aber Linienführung ist da. Mach weiter so. Arbeite an deinem fotografischen Auge, Dennis. Ja, mach weiter so, weil genau gearbeitet hast du, aber das Hauptmotiv fehlt halt hier. Und da bin ich immer auf der Suche danach. Wenn du mich irgendwo hinführst, wo soll ich denn hin? Gucken. Hier hast du einen Hingucker. Schau, same, same. Linienführung läuft spitz zu. Von wem? Sascha Kahle. Die Verlobte. Na, Gott sei Dank war es nicht andersrum. Na, so ist es doch super geworden, ne? Super. Gelbe Jacke, kontrastreich. Steht halt nicht genau mittig von der Spitze im Bild, aber braucht es das? Nö. Gut gemacht, Sascha. Und seine Verlobte. Was ist denn das? Ein Windrad? Ah, genial. Spielplatz. Vordergrund, Führungslinie, Spielplatz. Alter. Wollte ein eher unbekanntes Motiv fotografieren. Claudia, gut gesehen. Cool gemacht. In Leverkusen. Ich glaube, du hast mir per E-Mail auch geschrieben, du wolltest nicht irgendwie so die Klassiker da irgendwie machen, da bei dir in der näheren Umgebung. Deswegen bist du auf die Suche gegangen, bist hier hängen geblieben an diesem Windrad und dem Spielplatz als Vordergrund. Cool gemacht. Sehr geil. Gefällt mir. Bild 62. Aber jetzt habe ich zuerst gedacht, Sebastian, du bist irgendwo in einem Tresorraum oder so, aber nein, das ist U-Bahn, Hafen, Hafen, City, Uni in Hamburg. Sehr cooler Ort. Okay. Zeig mir mehr Fotos von dem Spot. Also ganz deutlich, da ist Linienfügung, zu diesem Hauptmotiv, zu dieser Werbetafel. Ey, ist schon krass, wie kreativ ihr alle seid. Wahnsinn. Wahnsinn. Das gefällt mir. Das hat nicht jeder einen Steg vor der Haustür. Deswegen sucht man einfach danach, was einfach geht, was einem zur Verfügung steht. Und da seid ihr echt kreativ. Das finde ich cool. Lars, auch ein top Bild. Hey, Wahnsinn. Schau mal, diesen Fußweg im Sand über die Dünen hin zum Leuchtturm. Der leuchtet noch so schön in die Richtung. Oh, das finde ich ein gutes Bild. Lars, ich nehme das mit in die Enderauswahl. Mir gefällt das extrem gut. Kurze Belichtungszeit. Bam. Sonst würden sich die Gräser zu sehr bewegen. Macht mich an, das Bild. Die Kameraposition gefällt mir auch extrem gut. Passt. Es muss nicht symmetrisch sein, muss gar nicht. Das gefällt mir gut. Cool. Ich mache mal weiter. 64 von Werner. Was ist das? Ein Kunstobjekt. Ich habe ja von Kunst keine Ahnung, deswegen gucke ich da mal so doof bei solchen Werken. Hätte da nicht ein Segelboot oder irgendwas da noch sein können in der Mitte? Das ist ja echt krasses Bild. Krass, krass, krass. Also ich glaube, es ist auch echt schwer zu fotografieren hier in dieser Röhre. Schwer. Mir fehlt hier noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen in dem Bild. Aber gut gesehen, echt krass. Wo ist denn das? Ein Bodensee. Das ist auch prägend. Das ist eigentlich auch echt geil so als Inspiration. Wo geht man als nächstes hin zum Fotografieren? Eigentlich gut. Ey Leute, hier ist so kalt, ich muss jetzt mal meine Jacke zumachen. Das ist jetzt wirklich hier mitten in der Nacht im Studio. Die Heizungen sind mehr oder weniger aus. Es ist echt Arschkalt. Oh, das ist ein leicht unscharfes Bild vom Andreas Jägerhuber. Ich verstehe auch gar nicht, was das ist. Ehrlich gesagt. Ist das Wasser? Bild 65, da war keine Info dabei. Ich check's nicht. Bild 66, Treppenhaus. Alexander Ritter aus Österreich war mit mir Workshop in München oder Einzelcoaching in München. Was ist das? Ein Treppenhaus, oder? Alter, wie krass die Linienführung ist diesmal wie so eine Schnecke im Treppenhaus. Das ist ja eine geile Idee. Sehr schön. Auch genau gearbeitet und nach oben fotografiert. Super. Oh, wo gibt's denn so eine Straße? Eisenstraße in Wittgenstein, Lützel, wo auch immer das ist, Robin. Geile, geile Straße. Also, was kannst du hier besser machen? Anfänger, was? Ups, was schreibst du? ISO 8000, warum auch immer, okay. Also hast du deine Kamera mal schön im Automatikmodus abballern lassen, macht aber nichts. Stell dir vor, dieses Bild mit einem roten Auto oder einem gelben Auto auf der Straße, was oben irgendwo gerade runterfährt. Boah, wäre das geil. Wäre das der Hammer. Im Winter. Super Bildkomposition. Nur das Auto fehlt. Gut gesehen, Robin. Mach weiter so. Bleib dran, ey. Ja, Yvonne. Okay, U-Bahn Düsseldorf sieht fast, fast auch ein bisschen gestellt aus. Schwierig. Also, ich sehe die Linien führen und so, aber halt, ich habe jetzt heute schon noch bessere Bilder gesehen, die eine Person darstellen. vielleicht gefällt es mir einfach auch besser, wenn die mehr in Aktion sind oder von hinten gezeigt werden. Keine Ahnung. Haut mich nicht um, aber das Thema ist super getroffen, richtig gemacht. Auf jeden Fall. Was ist das? Von Robert Dain. Wuppertale Schwebedatenbahn. Okay. Also, ja, gutes Motiv, schön gemacht in der Nacht, aber ich sehe keine Linienführung hier, keine kompositorische Linienführung in dem Beispiel. Okay, wir haben hier, den habe ich schon mal gehabt, diesen Berliner Dom, da gab es ja eine Einsendung, glaube ich, vor zwei Folgen, auch, da ging es um Lichter, das ist eigentlich dasselbe Bild, jetzt auch im Hochformat. Ja, du hast die Linie, die auf den Dom zeigt, ja, hast du, vom Chris, also, gut gesehen, gut umgesetzt, gut bearbeitet, gibt es nichts. Für mich zieht es halt nicht die Wurst vom Teller, aber es ist gut, gut gemacht. Gut gesehen, gut gemacht. Ich habe auch keine Verbesserungsvorschläge. Peter, Back, das macht mich nicht an, das Bild. Ich sehe die Linienführung hin zu diesem Kran da, aber, ja, ich rutsche mal weiter, ich suche hier ein Bam-Bild, ich suche hier ein richtig, richtig, ein Brett suche ich hier. Uh, das ist irgendwie creepy. Hauseingang Berlin-Kreuzberg, okay, sagt schon alles. Also, was haben wir hier? 25 Sekunden musste da einer stehen, dass das überhaupt geht. Also, gut, du hast es halt gemacht, dass du diesen Blendenstern so einfahren kannst. Der sieht hier natürlich schon extrem geil aus, ja, aber durch das hochformatige F und 14 Millimeter ist die Person halt schon in Länge gezogen, sieht komisch aus, wenn da keiner stehen würde und man sieht diese verrotzte Haustür und diesen Blendenstern, ist das, glaube ich, ein besseres Bild, glaube ich. Steht, Kamera ist sehr, sehr bodennah, hat aber hier wieder den Vorteil, dass du halt die Insel hinter der Hütte siehst. Wäre jetzt höher gewesen, der Ralf, dann würdest du von der Insel in den Bäumen nichts mehr sehen, dann wäre das irgendwie abgedeckt durch die Hütte, durch das Dach. Deswegen gut fotografiert, ja, es erkickt mich irgendwie auch nicht, aber es ist gut gemacht. Mich kickt es wahrscheinlich nicht, weil das Licht einfach nicht das Richtige ist, gerade. Und der Himmel da hinten, gibt nichts her. Kleiner Sensorfleck. Aber ich meine, Hauptsache, du hast den Urlaub genossen, oder? War bestimmt eine geile Adresse. Haha, Trauminsel. Aber du hast sauber gearbeitet, das ist gut, dass du das gesehen hast, da dahinter mit der Insel. Das finde ich, das checkt nicht jeder. Das ist gut. Die Maria hat hier abgerockt, wo ist sie in Leipzig? Oder ich weiß gar nicht, wo sie, Maria hat schon öfter mal Bilder reingeschickt. Okay, war es eine Linienführung hin zu dem Glockenturm da? Ja, außergewöhnliches Bild. Kann man auch machen. Was haben wir hier? Kleinen Moment, ich spiele mal kurz das Video ab. Hi, ich wollte eigentlich nur mal zeigen, wie es hier so aussieht im Moment. Ah ja, das habe ich, Ina, Entschuldigung, ich habe das Video ein bisschen abgeschnitten, weil jetzt keine große Information da war zu dem Foto. Hat auf jeden Fall was Märchenhaftes. Die Person, die da steht mit dem Mantel und dem Hund, gefällt mir. Im vollen Schneegestöber, Linienführung, Thema gut gesehen, gut erkannt, gut gemacht. Ist okay? Berlin-Humboldt-Forum, Dachterrasse, wie krass ist das Bild. Geiler Himmel, super Bildbearbeitung. Weißt du, was mir hier auch gefällt? Dass in den Fenstern sich die Wolken spiegeln. Finde ich total gut, Mario. Schön gesehen und klar, einfaches Motiv und da hast du eine Linienführung hin zum Motiv. Oh, das ist jetzt mir wieder eine andere Nummer. Wo ist es, Tom? Walk the line. Keine Ahnung, wo du das Bild hier aufgenommen hast, aber hier siehst du wiederum dieses Servicepersonal, den Typen mit der Schürze in Bewegung, läuft fast auf der Linie. Weißt du, du hast oben die Linien, die führen dich zum Motiv hin und die untere Linie. Dum, dum. Alles geht dahin. Gut gemacht, gefällt mir echt gut. Nehme ich mit in die Auswahl, weil es halt künstlerisch geil ist. Einfach gut gesehen. Gutes Auge. Gut gemacht. Giso, Bild 78, das Runde im Eck. Ja, bist du mal auf Details jetzt aus in dem Bild. Erkennt man auch gleich, was es ist, aber es kickt mich nicht. Ich mache weiter. Oh, das wiederum finde ich auch wieder krass. Tom Gampfer, morgens um sechs im Tunnel. Alter, gibst du dir das hart. Zehn Sekunden Bild. Wow. Wow. Geil. Das ist ein Bild, da guckst du schon mal hin. Dadurch, dass der auch so krumm ist, der Tunnel. Zeitstrahl. Ne, finde ich geil. Nehme ich mit in die Auswahl. Best of 9. Tom, gefällt mir. Wow. Vor allem, mir gefällt es halt auch wieder mit den Ecken, wie du da unten gespielt hast, gearbeitet hast. Zack. Wow. Cool. Machen wir weiter. No words, no words needed. Oh, ein herrlicher Sonnenaufgang. Thomas Braas, Westensee. Okay, extra früh aufgestanden und hingefahren. Das mache ich auch ständig. Warum ist es aber so, so arg unscharf in Vorderung? Was hast du denn da gemacht? Da hast du doch von oben nach unten eine Vignette, eine unscharfe drüber gelegt, dass nur der Mittelpunkt scharf ist. Extremst bearbeitet. Anja Zieger. Ah, Juli Glöckchen. Kommt aus der Gegend von München hier rum. Was haben wir hier? ISO 1600. Hier siehst du nämlich an einem Krisseln, dass die ISO sehr, sehr hoch ist. Hat hier mit Spaghetti gearbeitet. Auch ein Bild, was zu Hause entstanden ist mit einer Vintage-Kamera im Hintergrund. Okay. Witzig. Also du hast hier Führungslinien, aber die erkennt man kaum, die Spaghetti. Aber ich verstehe halt die Aussage nicht von dem Bild. Was bedeutet das? Machen wir weiter. 82. Also irgendwo in Würzburg, Weg ins Chaos, ja. Ich tue mir, das merkt ihr ja, ich tue mir immer schwer, wenn ich das Hauptmotiv nicht sehe oder nicht erkenne, tue ich mir generell schwer. Du hast hier Linienführung ins irgendwo hin, in Lichter. Bild 83 vom Lars Herrmann, Park Babelsberg in Potsdam. Okay, das sieht jetzt aus wie so ein Handyfoto, ehrlich gesagt. Aber, du hast einen Weg, hingeschlängelt, hin zu diesem Märchenturm. Nur, von der Bildqualität haut es mich nicht um, leider. Das ist übersättigt, überarbeitet. Ah, Stegen, schau, Matthias Schlautmann, Hütte in Stegen. Also, ich finde, also, technisch krass, krass gut. Ich würde das Bild so nie machen, aus der Perspektive. Dennoch, gefällt es mir extrem gut, so wie du es hingekriegt hast. Der Blendenstern kommt super, super cool. Ich frage mich nur, wie hast du die Hütte so hell gekriegt, wenn du gegen das Licht fotografierst, ohne, dass die Kanten komplett ausfressen. Und auch, weißt du, der Steg auch von vorne ist ja extrem aufgehellt. Die Tiefen sind extremst hochgezogen worden. Mit der Sony A7IV, dem G-Master. Weißt du, ich kenne das Objektiv, ich kenne die Kamera, ich kenne den Spot und habe doch Fragezeichen im Gesicht zur Bildbearbeitung. Wie hast du es hingekriegt, dass du hier kein Bildrauschen hast, dass die Hütte so extrem hell dargestellt ist. Vor allen Dingen, der mittlere Part von der Hütte, weißt du, unter dem Vordach, da ist nochmal schwarz, komplett schwarz drin, wenn die Sonne von hinten kommt. Alter, was ist denn da los? Martina, Katz auf Schienen, reiner Zufall, dass sie lang lief. Ja, die Tram oder was da kommt, die kommt auch zufällig recht schnell, glaube ich, da an. Also die Katz wird da nicht lang geblieben sein, du auch nicht. Also hast du echt abgeliefert in kürzester Zeit. Das war so ein One-Shot. Schnell, zack. Cool. Okay, die Tanja, Linienführung, ja, ne, Wetter war bescheiden, okay. Das Motiv gefällt mir irgendwie auch nicht so oder die Perspektive nicht, weil ich sehe kein Motiv drin. Eckart, Pegelturm, okay, auch, ja, Linienführung hin zu dem Turm. Nicht der schönste Fotospot, aber du hast das Thema erfüllt mit der, mit Bild 87, mit dem Pegelturm. Ich rutsche jetzt mal weiter zu Manfred Bartonek. Ah, was ist das für ein Motiv? Ah, du schreibst es sogar. Das Motiv versteckt sich hinter den Bäumen. Also du meinst wahrscheinlich den Fernsehturm, das ist hier dein Motiv und nicht die Hände und nicht die Bäume und so weiter. Also halte ich für echt schweres, schweres, ja, Bild, weil, also, es ist nicht leicht zu verstehen, weil das, mich verwirrt es. Klar, da ist einfach zu viel los auf dem Bild, Manfred. Deswegen sehe ich hier keine Linienführung. Silvia, okay, du hast was zugeschickt vom großen Arbeit. Du hast geschrieben, du bist da komplett hochgewandert bei dem Wetter. Ja, ich glaube, die Kamera, die ist einfach zu niedrig für diese Linienführung, weil ich sie nicht wirklich sehe oder ich sehe das Motiv auch hier nicht. Keine Ahnung, wie hoch diese, diese, diese Pfähle sind, aber ich hätte, wenn möglich, die Kamera so hoch gehalten, wie es nur geht, dass die Sonne auch nicht abgeschnitten ist da oben und dass man halt was von dem Weg irgendwie sieht. das fehlt mir hier ein bisschen. Dieser Kamerastandpunkt ist mir zu niedrig. Geschmackssache. Aber gute Leistung hier bei Minuskarten da hochzulaufen. Krass. Oui. Jetzt haben wir hier einen Weg nach unten auf den Alm. Was? Mit einem Bild die ganze Schweiz fotografiert. Alter, wie machst du das denn, Jean-Claude? Von Norden her betrachtet. Okay. Also, liebe Freunde, so sieht die Schweiz aus jetzt als Hammers. Nicht viel los. Geiles Bild. Cool. 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 Also, ich würde jetzt sagen, die Linienführung führt mich hin zu dieser kleinen Hütte da, zu dieser Bauern-Alm-Hütte. So sehe ich es jetzt eigentlich, die Linienführung. Aber cool, oder? Du hast ja mehrere Ebenen in dem Bild. Man guckt sich so durch. Man guckt den Linien hinterher und dann kommt die Ebene und dann kommt die Ebene. Schön. Was ist da passiert? Thomas Tauschmann, Bild 91. Blick über die Dornheimer Brücke in Richtung Wassertour. Boah, die Kammer ist echt extrem. Also, die ist wirklich zu tief. Oh, wieder so ein Rangierbar, nee, ein Stellwerk, zeigt schön hin zum kontrastreichen Güterwaggons. Güterwaggons. Vom Sandro, finde ich, cooles Bild. Steht genau mittig, alle Schienen, boom, führen dahin. Ist doch ganz cool, ganz gut geworden. Super. Gefällt mir. Himmel ist halt zu krass bearbeitet. Das ist, wäre jetzt nicht mein Fall. Das ist einfach zu hart. Oh, Pfützenfotografie, sehr gut. Vom Thomas, Bild 93. Sonnenuntergang. Führungslinie hin zu den Stählen, ja. Was sind denn Stählen? Weiß ich nicht. Aber, gut gemacht, gut gesehen, gutes Bild. Ah, das Bild habe ich vorgestellt bei uns auf der Fotokausch mit Michael Leidl. Es hat mir gut gefallen von Michael, was sich abgeliefert hat. Der Michael Weißauer aus München war hier am Siegestor und hat die Bank als Führungslinie genommen. Also man sieht, man muss nicht immer symmetrisch alles genau zentriert irgendwo hin. Das ist genau das, was die kompositorische Linienführung in meinen Augen, ja, beinhaltet, richtig macht. Du hast die rechten Sonnenuntergang wahrscheinlich, hat länger belichtet, dass hier nicht zu viele Autos zu sehen sind, oder? Ne, ein Viertelbelichtungszeit oder Glück gehabt, dass keiner da rumgestanden ist und das habe ich schon, genau, bei der Fotokausch gemeint, was mir gut gefällt, auch bei dem Bild, dass die Straßenlaterne nicht das Siegestor berührt, ne, auf der rechten Seite, dass sich das abhebt. Also, Kamera schon exakt ausgerichtet und da rumgespielt. Finde ich ein cooles Bild, wirklich gut. Gut gemacht und kommt in meine Endauswahl, weil es einfach schön, schön kompositorisch schön gemacht ist. Passt gut. Okay, hier haben wir auch den Thomas, da weiß ich auch, dass eine Frau hier Model gestanden ist am Bahnsteig. Ja, es hat auch Linien führen hin zur Frau. Das Bild ist auch innerhalb von mehreren Sekunden entstanden, also eine Langzeitbelichtung. Die U-Bahn fährt hier auch gerade raus, deswegen hast du auch wenig Leute auf dem Bahnsteig, weil sie eingestiegen sind. Thema ist gut umgesetzt. Ist gut gemacht. Die Frau könnte ein bisschen heller dargestellt werden, aber sonst ist es gut. Gut, also wenn, dann kann man hier nur in der Nachbearbeitung noch was machen. Aber gut, Tommys Fototouren. Cool. Oh, super. Ralf, Ralf, dich kenne ich. Du warst mit mir in München sehr lange unterwegs bei einem Einzelcoaching mit anschließend 20 Bier im Schelling Salon. Das war ziemlich geil. Ziemlich krasse Nummer. war das mal schön. Wirklich, hat Spaß gemacht. Du hast ein Auge fürs Bild oder für Bildkomposition. Das hast du schon aufgewiesen. Auch hier ein Favorite von mir, muss ich ehrlich sagen. Cool. Sehr gut gemacht, sehr gut gesehen. Vor allem, man guckt ja immer automatisch in Linien entlang und man guckt auch automatisch dahin, wo es einfach hell im Bild ist. Und hier passt es, dass der Typ halt auch genau da steht, eingerahmt von einem Licht, einem Lichthof. Hammerbild in Bonn mit der Leica. Ich weiß, du bist ein Leica-Fan. Leica immer schön und gut, aber wenn du Bodenhaar fotografieren willst, dann bist du halt mit der Backe in der Matsche. Aber auch Leica wird bald bei allen Kameras das Schwenk-Display rausbringen, auch wenn sich viele aufführen werden, glaube ich, weil das dann kein Leica-Body mehr ist. Cool. Also Respekt. Sehr, sehr geil gemacht. Da gibt es keinen Verbesserungsvorschlag, Ralf. Alter, wie krass ihr alle seid. Okay, Norbert Fritz, U-Bahn-Aufgang in Fürth. Fürth. Okay. Ja, also Führungslinien führen da genau hin zu diesem Motiv, zu diesem Riesenhaus. Gut. Die Darstellung des Objektivs gefällt mir auch irgendwie. 15 Millimeter, geile Brennweite. Sehr schön. 97 ist gut geworden. Uhlala, Fossi Bär. Sehr, sehr tiefer Standort von dem Steg hin zum Segel. Also geil ist ja schon, dass das Segelboot genau da in der Mitte ist. Junge, Junge, Junge. Das finde ich jetzt schon ziemlich gut erwischt. Was sich verbessern könnte, wäre Kamera hoch. Einfach höher mit der Kamera. Du kannst sagen, gut, so ist es minimalistisch, aber du siehst halt doch die Hälfte nur Holzsteg. Negative Fläche. Peter Kosse, Hamburg. Das ist ein Containerschiff. Ein Riesenschiff auf der rechten Seite. Du hast hier die Autos. Das ist schon eine Linienführung. Also ich gucke rechts irgendwie auf das Schiff. Und dann links auf diese vielen orangenen Autos bis nach hinten durch. Ja. Hat was mit Linienführung am Hut. Überfordert mich halt komplett. Ich komme hier vom Ammersee und bin sowas nicht gewohnt zu sehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Das muss erst mal checken, das Bild. Wow. Cool. Was es gibt auf der Welt. Björn, Bild Nummer 100. Ich sehe hier keine Linienführung. Ich sehe hier zwar einen Lichtzieher in der Spiegelung hier von dem Glas. In Berlin, direkt am Hauptbahnhof. haut mich jetzt nicht um, das Bild. Hat so, Björn, da hast du noch andere Bilder auf Instagram, habe ich gesehen. Die haben mir besser gefallen. Okay, hier auch so ein Selbstmordfoto. Ne, die Gleise, die ins Nichts führen, die schauen mir auch sehr, sehr stillgelegt aus. Ja, die führen echt ins Nichts. Also Linienführung, ja. Ist sie kompositorisch? Wenn das Nichts des Motives, ja. Nehmt es mir nicht übel, ne? Ich kann ja nicht jedes Bild voll geil finden. Geht ja nicht. Findet ihr auch nicht. Ich muss einen kurzen Rechtschreibfehler. Hier, Schuhmacher eintippeln. Okay, passt. Weiter geht's. Bild 102. Martin Gettner war auch bei mir im Workshop, auch schon länger her, vor ein, zwei Jahren. Ja, er hat hier die Führungslinien der Wolken genommen. Das ist auch mal echt was, echt krasses, dass das auch geht. Ne, ich sage immer, hey, schau mal die Wolken, die schauen aus wie so ein V. In dem Fall ist es auch so ähnlich. Ne, die Wolken führen mich hin zu dem Hauptmotiv. Gut gesehen, Martin. Sehr schön. Alter, Susa Schweder gibt Gras. Oh, eins der besten Bilder hier. Absolut minimalistisch. Jeder checkt hier, um was es geht. Du hast hier Linienführung, also besser geht's doch nicht. Bild 103, Susa, absolut Hammer. Ich nehme dich mit in die Endauswahl. das ist ja Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Da haben wir jetzt, glaube ich, auch schon fast neun Bilder. Wow, Mann stand Model. Gut hat er das gemacht, aber noch viel besser, als du fotografiert. Okay, hier haben wir den Julian schnapp geschossen. Ah ja, stimmt, der hat mir auch geschrieben, er hat diesen Baumstamm, der hin zu seinem Motiv führt, über 100 Meter hingeschleppt. Da ticken wir ähnlich, ich räume auch gerne mal auf und schleppe Dinge hin und her, dass ich es mir hübsch mache am Spot. Das ist halt auch so ein creepy Bild irgendwie, irgendwo, ich dachte zuerst, es ist so ein Geweih, so ein Echgeweih, was da rumliegt, oder ein Ech, aber, ne, also, haut mich nicht um das Bild, ist aber trotzdem irgendwie, guckst du da hin und fragst dich, what? Cool gemacht. Ast hingeschleppt. Okay, Olivia, hier auch auf den Schienen fotografiert, Linienführung, ja, laupt von der Ecke irgendwo hin, aber wohin? Da kommt nichts mehr. Ohne Stativ am nebligen Tag. Okay, ich mache weiter. Mal schauen, was wir hier haben. Von Werner war auch in einem Workshop. Hey, waren schon einige da. Ich glaube, ich habe schon an, die 200 Workshops locker, locker in den letzten zwei, drei Jahren durchgezogen. Werner. Was hast du hier? Simeone, Urlaub hier. Werner, im Urlaub gewesen. Linienführung, ja, ja, ja. Hätte man vielleicht den Weg hin noch mehr mit ins Bild nehmen können für eine Linienführung. Die ist nämlich sehr kurz, die Linie. Wieder hingehen zum Tor. Hier auf dem Bild zumindest. Thomas Gräfe, was ist denn das? München Osten. Okay, ich sehe keine Linienführung zum Motiv hin. Einfach ein schönes Architekturbild, ein Schnitt von Architektur. Ja, ich mache mal weiter. Markus Miller, Steinmännchen. Klar, also hier hast du es jetzt auch richtig gemacht. Du hast eine Linie im Vordergrund, aber fokussierst auch voll auf dein Motiv, weil das willst du ja eigentlich auch zeigen. Und klar, starrst du genau dahin. Ist ja logisch. Könnte man jetzt auch mittiger noch machen, wenn man will. Cool, gut gemacht. Witziges Bild. Kein Bäm, aber gut hingeknallt. Aber wo knallt? Hier haben wir es mal mit dem Harald zu tun. Frogpix. Instagram, glaube ich, ist sein Kanal. Frogpix, ja. Harald Fröschl oder so. Und hier sind wir am Siegestor. Das Bild hat er hier unter Lebensgefahr wahrscheinlich hier auf dem Streifen gemacht, aus der Hand geschossen. Zack. Deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht genau gerade. Aber was halt gut ist, die Autos sind nicht zerschnitten. Also das finde ich jetzt ganz gut. Ob es jetzt hier diese Frösche im Vordergrund braucht, weiß ich nicht genau. Kein kleinen Moment, ich muss mal kurz rangehen. Okay, aber sonst, ja. Anständiges Foto, knallige Farben, ziemlich Disco. Bild 110. Wow. Vom Gerrit. Auch wenig Vordergrund, was Linienführung angeht. Knalliges Disco-Foto. Wahnsinn. Okay, hier haben wir wieder was ganz Besonderes. Ich dachte jetzt zuerst, ist das irgendwo so eine Raketen- Startrampe oder was. Aber von Martin, Bild 111. Wahnsinn. Er hat jetzt über 2000 Bilder gemacht, um dieses Star-Trail-Foto zu machen. Boah, ob das wirklich notwendig war? Okay. Also, hat meiner Meinung nach jetzt weniger auch irgendwie mit Linienführung zu tun. Ist aber ein sehr, sehr kreatives Bild und deswegen will ich es euch trotzdem zeigen. Er hat es eingeschickt, technisch gut gemacht. Und die Geduld ist hier auch wirklich mal zu loben, um die Zeit so ein Bild zu bearbeiten. Warum macht man das? Dass es halt rauscharm wird und dass du halt diese ganzen Strichspuren drin hast. Okay, wir haben hier den Bernhard Krüger, den Kubus in Berlin, ist das irgendwo, den Kubus im Hauptbahnhof. Cool gemacht. Dadurch, dass die Sonnenstrahlen hier durch den Zaun da oder das Geländer durchscheinen, schaust du direkt in Richtung Sonne und direkt in Richtung Kubus. Auch toll gesehen. Und das muss man auch erstmal sehen. Größten Respekt vor sowas. Cool. Fotografin Gabi Zummerle. Okay. Linienführung hin zum roten Licht. Ist das ein Zug da hinten? Kann man nicht genau erkennen. Aber die Stimmung ist irgendwie cool. Kamerastand, Punkt. Und die Höhe finde ich auch gut. Weißabgleich finde ich jetzt nicht ganz so gut. Hätte man auf 3000 runterschieben können, dann wäre es vielleicht ein bisschen bläulicher geworden. Auch ein Steg ins Nix von Martin Schuster. Wie geil. Steg ins Nix hat er sogar hingeschrieben. Ich habe es jetzt einfach so als Scheiß gesagt. Okay, das ist in Friedrichshafen entstanden. Typische Linienführung, ja. Aber da fehlt mir noch. Irgendwas fehlt mir in dem Bild. 115. Okay, das Motiv kenne ich schon. Hier diese Zeche in Herthen. Linienführung zur Zeche erinnert mich ganz sehr an das Bild vom Siegestor von Michael Weisauer. Die Bank, Linienführung hin zum Motiv. Same, same. Ah, hier ist er auch irgendwie überarbeitet ohne Ende. Ein Frankenwald vom Reinhard Meier. Einfach eine Straße. Also Thema wäre jetzt hier auch Straße einfach. Linienführung weiß ich nicht, aber es wäre Straße und Wald. Bild 117 vom Peter. Saarland, auch Linienführung zu dem Motiv, keine Ahnung, bei der Zeche. Das sieht mich jetzt auch nicht so in Bann. Ich gehe mal weiter, was haben wir noch? Simon, was ist denn hier das Hauptmotiv? Ist das der Kreisel hier? Ist das der Brunnen? Wahrscheinlich, oder? Oder ist der Brunnen da hinten? Du siehst, wenn ich mir Fragen stellen muss, was ist das Motiv? Finde ich es dann immer schwierig. Ist ja witzig, wie ist denn das Bild hier entstanden? Also ja, da führen Kugeln hin zum Mond, aber warum ist da der Katz so hart zwischen dem Hell und dem Dunkeln? Okay, jetzt rutscht man schon Richtung Ende. Der Amadou hat hier in der Bildbearbeitung alles gegeben, was du geben kannst. auch eigentlich hat er das Bild einfach zu überarbeitet. Leuchttürme am Genfer See an und für sich. Sehr schönes Thema, sehr gutes Motiv, aber bitte, bitte, bitte überarbeitet deine Bilder anders, ganz anders, weil so, das ist einfach zu heftig, zu krass, das ist nicht mein Geschmack. Sehr schön, abgebauter Steg, sehr gut im Winter fotografiert, viel zu lang belichtet, meiner Meinung nach, hat keinen Mehrwert, weil das Wasser so spiegelglatt hier, aber du hast hier eine Linienführung, die hin zu dem Turm zeigt, das finde ich gut gesehen, also Motiv alles wirklich gut, strahlt Ruhe raus, hier aber mit 70 Sekunden halt keine Ahnung, warum so lang belichtet, ist viel zu viel vom Bodo, aber das Motiv ist cool, cool gewählt und ich kenne diese Wasserfarbe nur zu gut, dieses, im Winter schaut es manchmal echt so aus, schön braun verrotzt. Okay, jetzt Last One, Bild Nummer 122, Martin Golds, ein Selfie hier irgendwo auf einer Brücke, Seebrücke, okay, in Aalbeck, okay, er hat in der Hand Stirnlampe, hast auf jeden Fall die Führungslinien, guckt hin zur roten Jacke, zum Typen, zu Martin oder ich weiß nicht, wer es jetzt gerade ist, ob das ein Selfie ist, gut umgesetzt, gefällt mir, ist auch ein bisschen zu krass überarbeitet, meiner Meinung nach, weil du siehst, die Hose, wie sehr die sich abhebt vom Hintergrund und die Jacke, das ist irgendwie too much ein bisschen, aber gut gesehen und mich freut es total, Leute, dass ihr so, so viele Fremde, also so viele Motive einfach gefunden habt, draußen in der Natur und auch zu Hause, also kreativ wart ihr und ich glaube, dass jeder, der hier mitgemacht hat, dass der hier Mehrwert aus dieser Challenge gezogen hat, auch wenn vor allem diejenigen, die sich noch nie mit dem Thema Linienführung oder kompositorische Linienführung befasst haben, sehen manche Motive jetzt ganz, ganz anders und können ihre Bilder echt aufwerten. Cool. So, jetzt zeige ich euch nochmal hier die besten Fotos, die, wie ich finde, hier es verdient haben, ins Finale reinzukommen. Schaut euch die Bilder an, Freunde und jetzt bitte ich euch in den nächsten Tagen und ihr seht unten in der Videobeschreibung, wie lang diese Beurteilungs- oder die Bewertungsrunde läuft. Bitte bewertet diese Bilder, die ich jetzt hier genannt habe oder die ich euch hier zeige. Ich finde, die sind es alle, alle wert, in die Auswahl zu kommen, um am Ende das BAM-Foto hier abzuräumen. Alles coole, coole Bilder und ich bedanke mich auch recht herzlich bei allen, allen Fotografen und Fotografinnen, die sich wieder mal die Zeit genommen haben, um sich hier weiterzuentwickeln, die mir Bilder reingeschickt haben und auch natürlich ein Dankeschön an dich oder an euch, die sich hier die über eine Stunde bestimmt jetzt hier das Video hier mit angeguckt haben. Ich freue mich natürlich auch über zahlreiche Kommentare zu anderen Bildern, aber mir geht es hauptsächlich in den Kommentaren darum, ja, diese Bilder zu beurteilen, dass wir das beste Bild finden und im nächsten Video steht dann der Gewinner fest und im nächsten Video gibt es dann auch wieder die neue Challenge, das neue Thema, der neuen Challenge. So, jetzt habe ich noch ein paar organisatorische Themen für euch, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr habt jetzt hier 122 Bilder gesehen, ich habe deutlich mehr Bilder bekommen, die ich nicht gebracht habe. Warum? Weil es für mich so vordersichtlich war, dass diese Bilder nicht in dem Challenge-Zeitraum fotografiert worden sind. Also es waren irgendwelche Archivbilder und ich finde wirklich, dass das nicht mein Thema hier trifft, der Challenge. Thema ist, ihr kriegt das vorgegeben, geht raus und tobt euch mit diesem Projekt aus. Also wenn man im Archiv nach den besten Bildern sucht, die in das Thema passen, verfehlt es hier meine Aufgabe, die Challenge und ist auch den anderen unfair gegenüber und solltet ihr einfach verstehen und akzeptieren. Steht auch unten in den Teilnahmebedingungen drin, was es braucht, um hier mitzumachen. Also nicht traurig sein, wenn es euer Bild nicht gezeigt worden ist. So, warum habe ich jetzt 120 Bilder gezeigt? Ich weiß, ich schaue eure Kommentare, ich nehme die auch ernst. Ich weiß, es liegt euch viel am Herzen, dass man eure Bilder zeigt. Deswegen habe ich jetzt auch die Bilder gezeigt, die ich jetzt nicht so voll geil fand, aber ich möchte trotzdem euch wertschätzen und die Bilder einfach zeigen. Und deswegen ist es halt ein Marathon-Video wieder mal geworden. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu. Könnt ihr damit mitgehen? Dann mache ich das auch weiterhin so, wenn es noch im Rahmen bleibt bei 120 oder 150 Bildern. Aber wir wissen, dieses Video ist dann einfach ultra lang, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist auch echt eine riesen Herausforderung für mich, so lange zu quatschen und diese Bilder anzuschauen. Macht aber unheimlich Spaß, weil ich brenne mir diese Bilder ins Gedächtnis ein und weiß, oder wie auch immer, kann das dann umsetzen, wenn ich auf ähnliche Motive stoße irgendwo, wenn ich draußen bin. Weiter organisatorisches, bitte, wirklich bitte, Leute, schickt mir nur ein Bild zu. Ganz, ganz wichtig. Schickt mir nicht fünf oder sechs oder mehr Bilder zu. Ich soll mir irgendeines aussuchen. Ist auch unfair. Schickt mir ein Bild zu, was ihr gut findet. Dann schickt mir auch bitte nur eine E-Mail zu, nicht mehrere E-Mails. Das macht es für mich nicht einfacher, diesen Flut an Bildern zu bearbeiten. Und dann noch eine Frage an euch. Das könnt ihr mir auch gern noch beantworten. Ich hätte die Möglichkeit, diese ganzen Bilder auch auf einer externen Webseite anzugucken. Also ihr könntet eure Bilder mit den Exif-Daten auf einer Webseite hochladen und wir können dann anhand von dieser Webseite im Rahmen eines Fotowettbewerbs die Bilder also auf der Webseite angucken und ich kann dann hier in meinem BAM, in der BAM-Challenge nur die 20 Besten, dann nachdem ihr auch bewertet habt, hier zeigen. Da könnte man länger auf diese Bilder darauf eingehen und vielleicht sogar Verbesserungsvorschläge bringen, weil ihr seht, ich muss hier durchrutschen und habe hier 30 Sekunden pro Bild, ungefähr. Dann möchte ich eure Gedanken mal zu wissen. Findet ihr das cool, dass ihr selber eure Bilder auf eine Webseite hochladet, um da alle wirklich zu sehen, die es gibt und dann bespreche ich hier in dem Video nur die 20 Besten, nachdem ihr die in einer Woche dann geratet habt. Wollen wir es machen, ja oder nein? Liegt an euch. Ihr seht, ich nehme eure Kommentare ernst und setze es dann auch so um. Die Möglichkeit würde bestehen. Wenn ihr es nicht macht, mache ich trotzdem weiterhin Videos, Freunde, weil ich einfach Bock drauf habe und es geil finde, das kann ich euch auch gleich sagen. So, dann sind wir jetzt durch. Ja, ich freue mich mega, mega, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wenn ihr mir trotzdem was kostenlos Gutes tun wollt, abonniert den Kanal, Freunde. Macht es, das hilft mir unheimlich, wenn ihr die Videos anschaut, kommentiert und den Kanal abonniert. Tut nicht weh, ihr braucht einfach nur euch bei YouTube anmelden, kostenex, Boom, Abo ist da und ich bin auf dem Weg und möchte irgendwann mal die 100.000 sehen, wenn es auch ein paar Jahre dauert. Ich ziehe es durch, ich will wissen, ob es klappt und gebe da alles. Mein ganzes Herzblut steckt hier drin und ich ziehe es einfach durch. So, genug von mir jetzt. Jetzt seid ihr am Drücker. Ihr dürft die Bilder beurteilen beziehungsweise das beste Bambild dieser neuen Fotos auswählen und ich freue mich aufs nächste Video. Schaut unten in der Videobeschreibung bitte, bitte nach, wie lange ihr raten könnt beziehungsweise kommentieren könnt. Der Gewinner erhält dann wieder von Cars so ein Blasebike, wieder ein Fotografiebuch von den besten Spots in einem Bundesland und da freue ich mich schon sehr, sehr auf die Auflösung. In diesem Sinne, bye, bye, bis zum nächsten Video, Freunde. Bis zum nächsten Mal.